Eugène Delacroix, junges Waisenmädchen auf dem Friedhof Was ist dort oben rechts, was das junge und hübsche Mädchen so ansieht? Fast sieht sie ein wenig erschrocken aus. Sie ist kein Kind mehr, aber auch noch keine Frau. Wir sehen sie als junges Mädchen mit vollem dunklen Haar, welches locker im Nacken zusammengesteckt ist. Ein paar Locken haben sich gelöst. Schmuck trägt sie keinen, nur ein einfaches Kleid aus einem weißen Oberteil und grünem Rock ist zu sehen. Alles ein wenig verrutscht. Die jetzt freigelegte Schulter ist nicht ohne erotischen Reiz, verstärkt aber die Leserichtung des Bildes ebenfalls nach oben rechts. Der Hintergrund fügt der vorderen Szene allerdings noch mehr schwere hinzu. Gräber und Kreuze pflastern den Boden, einige davon sind schon umgestürzt. Bei näherem Hinsehen mögen wir nun auf der Wange des Mädchens auch eine Träne entdecken. Die Farbwahl beschränkt sich auf trübe Braun-, Grün- und Gelbtöne, welche die düstere und trostlose Stimmung verstärken. Das ganze Werk wirkt in ein abendliches Dämmerlicht getaucht. Dieses Frühwerk von Delacroix lässt noch die Dynamik und die warmen Farben vermissen, die er nach seiner Marokko-Reise im Jahr 1832, also ca. acht Jahre nach diesem Werk, annahm. Als Gesamteindruck vermittelt das Gemälde den Eindruck von Melancholie und absoluter Einsamkeit. Die zahlreichen Verweise auf die namenlosen Toten im Hintergrund sind der Jugend des Mädchens gegenübergestellt. Nichts an ihr sitzt mehr richtig, warum auch könnte man sich fragen, wenn sie doch, wie der Bildtitel verrät, als weise ihre Eltern bereits überlebt hat. Der Blick nach oben wird manchmal als Suche nach Gott oder das Infragestellen der göttlichen Fügung gelesen. Auch gilt es als gesichert, dass das Werk eine Vorstudie zu einem viel größeren und figurenreichen Gemälde des Massaker von Chius, welches 1824, also vermutlich im selben Jahr, entstand und am linken Bildrand eine recht ähnliche Frauengestalt zeigt. Bei ihr handelte es sich um eine vom Künstler engagierte Bettlerin, die ganz ähnlich angeordnet, aber mit geschlossenen Augen erscheint. Auch wirkt diese Figur fraulicher. Bei dem jungen weisen Mädchen auf dem Frito finden wir im Kontrast zu der detailreichen und sorgfältig ausgeführten Vorderfigur den Hintergrund recht unscharf vor, welches diese These untermauert. Wie dem auch sei, das Werk steht schon lange für sich, wird auch von zeitgenössischen Künstlern oft kopiert und zieht die Betrachter im Louvre in seinen Bann. Die Aussparung des Elements, welches die junge Weise so erschreckt und traurig macht, vermag es den Betrachter in psychologischer Spannung zu halten. Jeder ist angehalten, das Motiv zu Ende zu denken. Befindet sich dort noch jemand oder geht es um eine innere Regung? Vielen Dank. Vielen Dank.